Die Tiefsee. Ein Ort ewiger Dunkelheit. Ein Schauplatz unerbittlicher Kämpfe. Eine Welt, die völlig anders ist als die, die wir kennen. Ein nahezu unerforschter Lebensraum, dessen Bewohner aussehen wie Wesen von einem anderen Planeten. Unzählige Sagen ranken sich um die Tiefsee. Unwirkliche Landschaften und bizarre Kreaturen erwarten den, der sich traut, in diese geheimnisvolle Welt einzutauchen. Kein Ort ist so schwer zu erforschen, nicht einmal der Mond. Unermöglich suchen Wissenschaftler in der Tiefsee nach unbekannten Lebensformen. Sie ist das letzte unerforschte Gebiet unseres Planeten. Kein Sonnenstrahl dringt in die Tiefen der Ozeane. Es herrscht ewige Dunkelheit. Wer oder was kann dort überleben? Welche Geschöpfe bevölkern so ominöse Gegenden wie die Mitternachtszone, den Abgrund oder das Challenger-Tief? Es sind Wesen, deren Aussehen furchterregend und deren Lebenswandel ungewöhnlich ist. Unter ihnen zwei der größten Tiere unseres Planeten. Der Potwarr und der Kolosskalmar. Seit Jahrtausenden liefern sich diese beiden erbitterte Kämpfe. Der Druck in der Tiefsee ist hoch genug, um die Stahlhülle eines Militär-U-Boots innerhalb von Minuten zu zerquetschen. Menschen können diese Region nur mit Hightech-Tiefseetauchbooten erforschen. Dieser Ort ist ebenso dunkel und geheimnisvoll wie seine Bewohner. Eine Welt, die wir erst langsam beginnen zu verstehen. Wir wissen nur wenig über unsere Ozeane. Sie erscheinen uns oft fremd und gefährlich. Dabei bedecken sie den Großteil der Erdoberfläche. Wenn sie 70 Prozent einer Orange schälen, dann entspricht das ungefähr der Oberfläche, die die Ozeane bedecken. Wir wissen, wie groß die Fläche der Weltmeere ist. Doch wie weit ist es von der Oberfläche bis zum Meeresboden? Die Antwort? Unglaublich weit. An der tiefsten Stelle der Erde, dem Challenger-Tief im Südpazifik, würde nicht einmal die Spitze des fast 9 Kilometer hohen Mount Everest über die Wasseroberfläche ragen. Die Tiefsee macht ungefähr 75 Prozent des Wasservolumens der Erde aus. Unsere Weltmeere sind durchschnittlich 4000 Meter tief. Sie stellen mit Abstand das größte Ökosystem der Erde. Meereswissenschaftler unterscheiden zwischen dem Meeresboden, der sich von der Landmasse der Kontinente in die tiefsten Ozeanschluchten absenkt, und der Wassersäule, dem sogenannten Pelagial. Das Pelagial ist die eigentliche Hochsee. Der ganze Bereich zwischen Wasseroberfläche und Meeresboden. Es ist der größte Lebensraum der Erde und die Heimat unzähliger Tiere. Es gibt dort unendlich viel Neues zu entdecken, weil der Raum kaum erforscht ist. Okay, rein damit! Das Pelagial ist in fünf Zonen unterteilt. Wer sich in einem Tauchboot hinabbegibt, wie diese Wissenschaftler von Floridas Harbour Branch Meeresforschungsinstitut, durchquert zunächst das Epi-Pelagial. Es reicht bis in eine Tiefe von 200 Metern. Das Sonnenlicht wird immer schwächer. Das Tauchboot passiert die 60-Meter-Grenze. Nur wenige Menschen können ohne Sauerstoffgerät so tief tauchen. Nach 200 Metern tritt das Boot ins Mesopelagial ein, die Dämmerlichtzone. Hier ist es so dunkel, dass keine Photosynthese mehr möglich ist. Das Reich der Pflanzen ist hier zu Ende. Das ist der Übergang zur absoluten Finsternis. Algen oder ähnliche Wasserpflanzen gibt es hier nicht mehr. Die mesopelagische Zone erstreckt sich bis in eine Tiefe von 1000 Metern. Die Tiere, die hier leben, wie der geheimnisvolle Humboldt-Kalmar, können noch schwache Umrisse über sich erkennen. Bei 1000 Metern kommt das Baty-Pelagial, auch bekannt als Mitternachtszone. Hier beginnt die wahre Tiefsee. Da geht die Lightshow los. In einer Welt ohne Sonnenstrahlen erzeugen viele Lebewesen ihr eigenes Licht. Wissenschaftler sprechen von Biolumineszenz. Wir kennen das von Glühwürmchen. Es sieht aus wie ein Silvesterfeuerwerk. Überall flitzen Tiere herum und hinterlassen Leuchtstreifen. Es haut einen um, wenn man das sieht. Wer das Funkeln der Meeresbewohner festhalten will, benötigt eine hochempfindliche Kamera. Scheinwerfer sind kontraproduktiv. In künstlichem Licht verschwindet das Leuchten der Tiere. Da unten leuchten wir mit Scheinwerfern herum. Damit können wir die Biolumineszenz nicht erkennen. Erst wenn wir die Tiere ins Labor bringen und das Licht ausschalten, sehen wir, wie sie leuchten. Diese Rippenqualle leuchtet bunt wie ein Werbeschild. Allerdings handelt es sich hierbei ausnahmsweise nicht um Biolumineszenz. Dieses Phänomen findet man bei vielen Quallen. Es heisst Diffraktion. Das Licht unserer Lampen wird von winzigen Plättchen auf ihren Körpern in alle Farben des Regenbogens aufgespalten. Wissenschaftler glauben zu wissen, warum viele Tiere hier unten so hell strahlen. Die Fähigkeit, Licht zu erzeugen, ist in der Tiefsee sehr wichtig. Die Tiere müssen Nahrung finden und einen Partner, mit dem sie sich fortpflanzen können. Wenn sie nicht im Dunkeln tappen wollen, müssen sie Licht machen können. Bis vor 60 Jahren, die ersten Forschungs-U-Boote gebaut wurden, wussten Wissenschaftler kaum etwas über die Tiefsee. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, das Dunkel der Ozeane zu erforschen, ohne selbst runterzutauchen. Wir haben den Mageninhalt von Tiefseefischen untersucht und dazu Netze ausgeworfen. Auch heute noch arbeiten Ozeanografen hauptsächlich mit Netzen. Doch es ist nicht leicht, die gefangenen Tiere lebend ins Labor zu bringen. Die plötzlichen Veränderungen der Lichtverhältnisse und des Wasserdrucks setzen den Tiefseebewohnern zu. Viele sterben innerhalb weniger Stunden. Ein gutes Beispiel ist der Gespensterfisch. Das erste bekannte Exemplar liegt 1939, tot in einem Schleppnetz. In den kommenden 50 Jahren werden weitere Gespensterfische gefangen, doch keiner überlebt. Die Forscher wundern sich über die merkwürdige Kopfform der verendeten Tiere. Ihre Augen liegen in tiefen Höhlen. 2009 gelingt es Wissenschaftlern erstmals in Tiefseeschluchten vor der Küste Kaliforniens, einen lebenden Gespensterfisch zu filmen. Den Forschern geht ein Licht auf. Die Augen des Gespensterfisches liegen nicht in einem Hohlraum. Sie sind umschlossen von einer klaren, mit einer galärtartigen Flüssigkeit gefüllten Kuppel. Bei den gefangenen Exemplaren muss die empfindliche Haube durch die Netze zerstört worden sein. Wir haben von dieser durchsichtigen Haube nicht mal was geahnt. Wenn man sie lebend betrachtet, wird einem klar, dass sie so ihre Teleskopaugen schützen. Aber der Gespensterfisch ist lange nicht die außergewöhnlichste Kreatur der Tiefsee. Wer schon einmal in seichteren Gebieten der Ozeane getaucht ist, weiß, die meisten Tiere hier sind farbenfroh und hübsch anzuschauen. Flink flitzen sie durchs Wasser, alleine oder in Schwärmen. Die Gründe liegen auf der Hand. In ihrer hellen Welt spielt die Optik eine große Rolle bei der Partnerwahl. Um Beute zu fangen oder Räubern zu entkommen, müssen sie schnell schwimmen können. Tausend Meter unter der Wasseroberfläche spielen Aussehen und Schnelligkeit nur eine untergeordnete Rolle. Es gibt keine Felsen, keinen Boden, keine Versteckmöglichkeiten. In dieser Welt zu überleben, ist gar nicht so einfach. Da ist Kreativität gefragt. Ein Tauchfahrzeug vom Forschungsinstitut des Monterey Bay Aquarium gleitet durch die Mitternachtszone. Die Experten an Bord haben seit 1500 Metern keine grösseren Lebewesen mehr gesehen. Plötzlich kreuzt ein Tiefseebeilfisch ihren Weg. Der Körper des Fisches ist wie eine Axt geformt, daher der Name. Beilfische sind Einzelgänger und sehen wahrscheinlich ihr ganzes Leben keinen Funken Sonnenlicht. Anders als viele ihrer Nachbarn in der Dämmerlichtzone sind sie eher träge. Am liebsten lassen sie sich einfach treiben. Oberhalb der Mitternachtszone schwimmen die meisten Tiere ununterbrochen, um eine bestimmte Tiefe beizubehalten oder um nach Futter zu suchen. Doch der Beilfisch hat eine luftgefüllte Blase in seinem Bauch, die es ihm erlaubt, im Wasser zu schweben. Da unten ist Futtermangelware. Es ist sehr kalt und es herrscht ein großer Druck. Da kann man nicht aktiv sein. Ein weiterer schwebender Bewohner der Mitternachtszone ist die Seegurke Inupniastis. Die meisten der 1200 Seegurkenarten leben am Meeresboden. Diese dagegen lässt sich in den höheren Meereslagen treiben. Ein ungewöhnliches Tier. Sie hat ein kragenähnliches Gebilde am Vorderkörper, mit dem sie wedelt wie Dumbo mit seinen Ohren. Vor gerade mal 20 Jahren glaubten Wissenschaftler noch, dass die Tiere der Tiefsee in einer großen, weiten Leere lebten. Ohne Struktur, wie wir sie von Wüsten, Grassteppen oder Wäldern kennen. Man dachte, dass es dort unten überhaupt keine Orientierungspunkte, wie Pflanzen oder Bäume gäbe. Keine Kronendächer, keine Äste. Okay, wir sind stattbereit. Doch seitdem hatten Forscher die Tiefsee genauer unter die Lupe nehmen können. Zum Beispiel mit unbemannten, ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen, sogenannten ROVs. Und mit autonomen Unterwasserfahrzeugen, den AUVs. Es gibt sogar Tiefseeroboter, die jeden Quadratzentimeter des Meeresbodens absuchen. Die Messdaten haben etwas Erstaunliches ans Licht gebracht. Anstelle von Pflanzen, Wurzeln und Erde gibt es in der Tiefsee Meeresschnee, einen Strom aus den Überresten von Pflanzen, Lebewesen und Fäkalien. Permanent sinkt er aus den höheren Meeresschichten in die Tiefe hinab. Die Tiefsee hat sehr wohl eine Struktur. Meeresschnee kann als Lebensraum und als Nahrung gingen. Meeresbiologen haben erst vor zehn Jahren ernsthaft begonnen, seine Bedeutung zu untersuchen. Strukturgebend sind im Pelagial auch die Abermillionen toter Lebewesen, die permanent aus dem Flachwasser in die Tiefe sinken. Zum Beispiel die sogenannten Salpidee. Diese winzigen, durchsichtigen Tiere leben in riesigen Schwärmen. Sie bewegen sich vorwärts, indem sie Wasser durch ihren Körper pumpen. Diese Salpe ist tot. Ihre Überreste dienen als Lebensraum für einen anderen Bewohner der Tiefsee. Das ist ein kleiner Flohkrebs. Die winzigen Gebilde hier sind die Babys. Die Flohkrebsmutter hat die Salpe komplett ausgehöhlt und dann ihre Eier in der leeren Körperhülle abgelegt. Sie pumpt die ganze Zeit Wasser hinein, damit die Jungen genug Sauerstoff bekommen, bis sie schlüpfen. Dieser Meeresbewohner ist leicht zu übersehen. Der durchsichtige Krake. Sein unauffälliges Äußeres schützt ihn vor Räubern. Ein durchsichtiger Körper ist die beste Tarnung, die man sich vorstellen kann. Wenn ein Raubfisch einem durchsichtigen Tier begegnet, zieht er einfach hindurch. Es erscheint ihm genauso schwarz wie seine Umgebung. Jede Art hat ihre eigene Strategie entwickelt, um in der Finsternis zu überleben. Die meisten Fische sind pechschwarz und haben große Mäuler. Viele haben große Augen, damit sie die Biolumineszenz, ihre Beutetiere oder auch ihre Jäger sehen können. Eine weitere Überlebenstaktik erscheint uns Landbewohnern erst auf den zweiten Blick sinnvoll. Viele Tierarten in der Tiefsee haben eine rötliche Farbe angenommen. Wenn man nicht transparent oder schwarz ist, ist rot die nächstbeste Alternative. Die Farbe Rot ist da unten so gut wie gar nicht zu erkennen. Wenn man rot ist, ist man also im Grunde schwarz. Man verschmilzt mit seiner Umgebung. Wie kommt das? Ab einer Tiefe von drei Metern werden die roten Wellenlängen des Lichts fast vollständig absorbiert. Auch die Riesentiefseequalle Big Red nutzt die Farbe Rot, um in der Tiefe nicht erkannt zu werden. Aber wie der Name andeutet, hat sie noch eine andere Überlebenstaktik auf Lager. Diese Qualle hat einen Durchmesser von einem Meter. Je grösser man ist, desto weniger hat man da unten zu befürchten. Big Red ist für die meisten Räuber der Tiefsee ein zu großer Happen. Auch für Tiefseeforscher stellt ihre Größe ein Problem dar. Wir haben erst ein Exemplar gefunden, das klein genug für unseren Sammelbehälter war. Dieser Meeresbewohner durchpflügte die Tiefsee schon zu Zeiten der Dinosaurier. Sein purpurroter Mantel verleiht ihm ein unheimliches Aussehen. So unheimlich, dass in die Wissenschaftler, die ihn vor 100 Jahren entdeckten, Vampyroteutis infernalis tauften, Vampirtintenfisch aus der Hölle. Diese Schwesterart des Kraken lebt seit etwa 300 Millionen Jahren in den Tiefen der Weltmeere. Ihr Aussehen hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Das war auch nicht nötig. Der acharmige Vampirtintenfisch ist perfekt an seine Umgebung angepasst. Proportional zu seiner Körpergröße hat er die größten Augen im gesamten Tierreich. Mit ihnen kann er über ihm schwimmende Raubtiere erkennen, zum Beispiel Pottwale. Wird er ins Visier genommen, greift er zu einer eigentümlichen Abwehrtaktik. Wir nennen das die Ananasstellung. Dabei umschlingt er seinen Körper mit seinen Armen. Wir nehmen an, dass er sich so größer machen und seinen Gegner in die Flucht schlagen will. Selbst ein Vampirtintenfisch ist nicht immer furchtlos. Lässt der Jäger sich nicht beeindrucken, setzt der Kopffüßer auf seine Schnelligkeit und ergreift die Flucht. Der Vampirtintenfisch mag unheimlich wirken, doch zwei andere Meerestiere verbreiten weit mehr Angst und Schrecken. Kein anderer Bewohner der Tiefsee kann sich mit ihnen messen. Einer der beiden ist der Kolosskalmar. Schon seine Größe ist beeindruckend. Er kann 14 Meter lang werden und eine halbe Tonne wiegen. Der Kolosskalmar ist bislang kaum erforscht. Noch nie wurde ein erwachsenes Tier in seiner natürlichen Umgebung beobachtet. Seinen Körperbau veranschaulicht Meeresbiologis Steve O'Shea an einer kleineren Kalmar-Art. Die meisten wollen den Schnabel sehen. Der Schnabel des Kolosskalmars ist um einiges größer als dieser. Er könnte damit einem Mann die Hand abbeißen. Sehr scharf. Seine zwei Tentakeln und acht Fangarme sind mit Haken und Saugnäpfen bestückt und erlauben ihm, sich an Lebewesen nahezu jeder Größe festzuklammern. Er schwebt im Wasser und wenn er etwas sieht, das er fressen will, dann katapultiert er sich nach vorne. Das sind die beeindruckendsten Tiere des Planeten. Von allen Bewohnern des Meeres fürchtet der Kolosskalmar nur einen. Eine Kreatur, riesig, unglaublich stark und in allen Zonen des Meeres zu Hause. Der Potwal. Wir wissen, dass Pottwale große Kalmare fressen, weil wir in ihren Mägen Schnäbel gefunden haben. Wale und Kalmare müssen sich da unten dramatische Kämpfe liefern. Schauplatz dieser Duelle ist die Tiefsee vor der antarktischen Küste. Dort unten, in 2000 Metern Tiefe, liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Und es ist stockdunkel. Wie brutal diese Kämpfe sind, können Meeresbiologen an der Haut der Potwale ablesen. Diese Jungtiere, die an der neuseeländischen Küste gestrandet sind, tragen überall auf ihrem Körper tiefe Narben. Das ist einer von zwölf Potwalen, die hier angespült worden sind. Im Augenblick entnehmen wir Gewebeproben. Nur ein Wesen kann dem Potwal diese schweren Verletzungen zugefügt haben. Wie man sehen kann, laufen hier acht Narben entlang. Ein Kalmar hat acht Fangarme und zwei lange Tentakel. Diese Furchen hier stammen von einem Koloss-Kalmar. Die Mitternachtszone erstreckt sich bis in eine Tiefe von 4000 Metern. Je weiter man sich von der Küste entfernt, desto tiefer wird es. Wenn man von der Küste in die Tiefsee gelangen will, muss man durch mehrere Zonen. Zuerst kommen die Brandungszone und die Gezeitenzone. Dahinter liegt der Kontinentalschelf, da ist das Wasser immer noch ziemlich flach. Am Kontinentalhang geht es dann stetig bergab, bis in eine Tiefe von ungefähr 4000 Metern. Entlang des Kontinentalhangs finden wir eine reiche Tier- und Pflanzenwelt, die bislang kaum erforscht ist. Hier lebt unter anderem die See-Fledermaus. Dieser Fisch hat rote Lippen, einen Fledermaus-ähnlichen Körper und Beine. Er lebt auf dem Meeresboden und benutzt seine Vorderflossen, um dort herumzulaufen. Das ist sehr ungewöhnlich für Fische. Die Flossen haben die Funktion von Beinen. Sehen Sie? Je tiefer die Region, desto bizarrer ihre Bewohner. In 4000 Metern Tiefe endet das Baty-Pelagial, die Mitternachtszone. In besonders tiefen Meeresregionen folgt nun das Abyssopelagial, auch der Abgrund genannt. Er erstreckt sich bis in eine Tiefe von 6000 Metern. Sonnenlicht ist seinen Bewohnern fremd. Im Abyssopelagial liegen die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Die Kälte lässt den Salzgehalt und die Dichte des Wassers steigen. Durch diese Veränderungen unterscheidet sich das Abyssopelagial dramatisch von der nächsthöheren Zone. Nur wer sich perfekt angepasst hat, kann in dieser unbarmherzigen Umgebung gedeihen. Die größte Herausforderung für die Lebewesen ist der enorme Wasserdruck. Schon in etwa drei Metern Tiefe kann einem Menschen das Trommelfell platzen. Und das bei einem Wasserdruck von gerade mal 0,3 Bar. Am tiefsten Punkt der Erde herrscht ein Druck von unglaublichen 1100 Bar. Wir können da unten ohne Hilfsmittel nicht überleben. Wir brauchen etwas, das uns vor dem Druck schützt. Das passiert mit einem Styroporbecher in 1000 Metern Tiefe. Wie können Tiere in Tiefen von 3000 Metern und mehr überleben? In eisiger Kälte, ohne Licht und mit spärlicher Nahrung? Riesige Fangzähne sind von Vorteil. Der Viperfisch und andere Bartendrachenfische gehören zu den hochspezialisierten Räubern der Tiefsee. Sie verfügen über beeindruckende, scharfkantige Zähne. Nicht schön, aber äußerst nützlich. Das Faszinierende an diesen Fischen ist ihr Aussehen. Denen will man im Dunkeln lieber nicht begegnen. Sie sehen aus wie aus einem Gruselkabinett. Sie haben breite Mäuler mit riesigen Fangzähnen, die teilweise bis zu den Augen reichen. Damit verbeissen sie sich in ihre Beute und halten sie fest. Viele Drachenfische haben eine Bartel mit einem Leuchtorgan am Unterkiefer. Damit locken sie die Beute in ihr weit geöffnetes Maul. Ihre Magenwände sind schwarz, damit das Licht biolumineszenter Beutetiere bei der Verdauung nicht durch sie hindurch scheint. Wer außerordentliches Glück hat, der begegnet hier unten auch diesem Wesen, dem Langarm-Kalmar. Über den eleganten Tintenfisch ist so gut wie nichts bekannt. Wir wissen lediglich, dass er sieben Meter lang wird und in Tiefen von bis zu 5000 Metern lebt. Ein hübscher Zeitgenosse. Das Interessante ist, dass wir noch nie einen von ihnen gefangen haben. Uns war klar, dass es sie gibt. Schließlich haben wir Aufnahmen von ihnen. Aber kein Fischer hatte je einen im Netz. Das zeigt uns, dass es da unten noch zig andere Dinge geben muss, die wir noch nicht entdeckt haben. Am Fuss des Kontinentalhangs, in etwa 4000 Meter Tiefe, beginnt die Tiefsee-Ebene, die rund 50 Prozent der Erdoberfläche einnimmt. Sie ist bedeckt von feinem Sediment, das aus den höheren Zonen herabfällt. Nur ein Bruchteil des Tiefseebodens wurde bisher erforscht, hauptsächlich mit Hilfe unbemannter Tauchfahrzeuge. Hier unten könnte man tagelang reisen, ohne einem einzigen Lebewesen zu begegnen. Der Wasserdruck ist gewaltig und die Dunkelheit umfassend. Bislang waren mehr Menschen im Weltraum als hier unten. Der Tiefseeboden hat eine einzigartige Struktur. Die meisten Meeresbiologen und Ozeanografen betrachten den Tiefseeboden und die Wassersäule darüber als zwei unterschiedliche Lebensräume. Ohne Zweifel findet zwischen beiden ein Austausch statt. Aber man kann allgemein sagen, dass die Tiere, die am Meeresboden leben, größer und weniger weich sind. Sie haben andere Eigenschaften als die Tiere in der Wassersäule. Die Bewohner des Meeresbodens ernähren sich hauptsächlich von toten Tieren und Pflanzenresten, die von oben herabsinken. Dies ist der Kadaver eines Wals. Innerhalb kurzer Zeit ist die Leiche von den unterschiedlichsten Aasfressern belagert. Eines dieser obskuren Geschöpfe ist der Grenadierfisch oder Rattenschwanz. Er hält sich bevorzugt in Schiffswracks auf. Sie haben einen langen, spitzen Schwanz, daher der Name. Und mit ihrem spitz zulaufenden Kopf und dem endständigen Maul können sie im Sediment gut nach Futter graben. Der gespenstische Fisch, der um die 80 Zentimeter lang wird, kann bis zu 60 Jahre alt werden. Doppelt so alt wie die meisten Fische der Flachwasserregion. Die, die man in der Nähe von Korallenriffen oder im felsigen Küstenbereich sieht, leben gewöhnlich nicht länger als 20 oder 30 Jahre. Die Tiefseefische am Meeresboden leben meist zwei- oder dreimal so lang, wahrscheinlich weil die Kälte ihren Stoffwechsel verlangsamt. Der Rattenschwanz kommt ohne Probleme mit dem großen Wasserdruck zurecht. In seinen Zellen befinden sich große Mengen Trimethylaminoxid, kurz TMAO, das dem Druck entgegenwirkt. Ohne TMAO würde der Rattenschwanz zermalmt werden. Lange Zeit waren Wissenschaftler der Überzeugung, der Tiefseeboden sei unbelebtes Brachland. Bis 1977 Meeresbiologen eine bahnbrechende Entdeckung machten. Sie erkannten, dass der Boden nicht etwa grau und leblos ist wie die Oberfläche des Mondes. Sondern bevölkert von den unterschiedlichsten Lebewesen. Unterseeische Vulkane, sogenannte hydrothemale Quellen, sorgen dort unten für ein reiches Ökosystem. Wir begleiten Forscher des Woods Hole Meeresforschungsinstituts bei einer Tauchmission im Pazifischen Ozean. Ihr Ziel ist eine Region, in der die ersten hydrothermalen Quellen entdeckt wurden. Sie heisst 9 Grad Nord und liegt 8 Kilometer vor der mexikanischen Küste. Die extremen Bedingungen am Meeresboden machen bemannte Tauchexpeditionen so kompliziert wie Weltraumspaziergänge. Der Tauchgang geht 3000 Meter in die Tiefe und dauert zwei Stunden. Endlich erreicht das Tauchboot den Meeresboden. Zunächst sehen die Forscher nur karges Sediment. Doch wenig später begegnen ihnen jede Menge surreale Lebewesen. Weisse Krebse, Jericho-Würmer, seltsame Fische und andere fremdanmutende Wesen. Alle zusammen auf kleinstem Raum. Eine Hydrothermalquelle hat diese fruchtbare Oase erschaffen. Die warmen Quellen säumen einen 60.000 Kilometer langen unterseeischen Gebirgszug, den mittel-ozeanischen Rücken. Wenn ein Tiefseevulkan ausbricht, erhitzt das Magma das kalte Meereswasser. Mineralische Schlote bilden sich. Durch Risse dringt kontinuierlich Meerwasser ins Innere der Erdkruste und sprudelt als heiße Quelle wieder heraus. Das heiße Wasser tritt aus kegelförmigen Schloten aus, die so schmal und kurz sein können wie dieser hier. Andere werden bis zu 30 Meter hoch. Diese sogenannten schwarzen Raucher können pro Tag um 10 Zentimeter wachsen. Manche werden so groß wie Hochhäuser. Das austretende Wasser enthält große Mengen hochgiftiger Chemikalien wie Schwefelwasserstoff. Für den Menschen absolut tödlich. Wie überleben die Tiere den toxischen Cocktail? Das ist Riftia parhyptilia, der Riesenröhrenwurm. Er lebt ausschliesslich an hydrothermalen Quellen im Pazifik und gehört zu den am schnellsten wachsenden Weichtieren des Meeres. Ein junger Riesenröhrenwurm wächst mehr als einen Meter pro Jahr bis auf eine Gesamtlänge von fast zwei Metern. Riftias Trigg. Er wandelt die giftigen Chemikalien in Nahrung um. Pflanzen machen etwas Ähnliches. Bei der Photosynthese erzeugen sie mit Hilfe von Sonnenlicht aus energiearmen Stoffen energiereiche Stoffe. Der Röhrenwurm selbst hat keine solche Fähigkeit, wohl aber die Bakterien, mit denen er eine Symbiose eingegangen ist. Sie wandeln die giftigen Chemikalien in Nahrung um. Wissenschaftler nennen dies Chemosynthese. Auch andere Kreaturen gedeihen in dem heissen Biotop prächtig. Winzige Gliederfüßler schwirren in Schwärmen über die warmen Quellen. Ein Jahr nach einem unterseeischen Vulkanausbruch ist jeder Zentimeter der Schlote mit so viel Leben bedeckt wie ein Korallenriff. Doch dieser Zustand hält nicht ewig. Nach ein paar Jahren verschieben sich die tektonischen Platten und der Magmafluss wird abgeschnitten. Dann kehren die eisigen Temperaturen zurück und der Chemikalienfluss versiegt. Die an den Schloten lebenden Organismen sterben. Die tiefen Ströme der Ozeane tragen deren Larven zum nächsten Tiefseevulkan. Dort beginnt alles von vorn. Nur ein Ort ist tiefer als das Abyssopelagial. Er liegt unglaubliche 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel in der Hadopelagischen Zone. Es ist das Challenger-Tief, der tiefste Punkt der Erde. Ein Team von Wissenschaftlern macht sich an Bord des Forschungsschiffes Kilomoana auf den Weg zum Marianengraben im Südpazifik. Hier, etwa 500 Kilometer südwestlich der Insel Guam, liegt das Challenger-Tief. Erst drei Menschen haben diesen Ort besucht. Im Jahr 1960 die Wissenschaftler Jacques Piccard und Don Walsh und im Jahr 2012 der Regisseur James Cameron. Die Besatzung der Kilomoana will ein unbemanntes Tiefseefahrzeug in Richtung Challenger-Tief schicken. Es soll die Frage klären, ob und welche Wesen dort unten leben. Die meisten Forschungs-U-Boote können maximal 6.500 Meter tief trauen. Über alles, was es jenseits davon gibt, wissen wir dementsprechend so gut wie nichts. Diese letzten 4,5 Kilometer sind kaum erforscht. Das Ganze ist wie eine Reise ins Unbekannte. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihr Tauchroboter Narius, eine Mischung aus ROV und AUV, die Fahrt zum Challenger-Tief unbeschadet meistert. Eine der größten Herausforderungen ist der Wasserdruck. Das ist dreimal so tief wie der Ort, an dem das Wrack der Titanic liegt. Darum ist der Druck dort auch dreimal so groß. Bislang gab es mehr erfolgreiche Missionen zum Mars als zum tiefsten Punkt der Erde. Ein Mars-Rover wie Curiosity würde dem vernichtenden Druck, der 1100 Mal so hoch ist wie an der Wasseroberfläche, niemals standhalten. Das ist als stünden einem Drei-Geländewagen auf dem kleinen Zeh. Kein Ort auf der Erde ist so schwer zu erreichen, wie das Challenger-Tief. Narius ist startklar. Verstanden, Narius ist startklar. Start in 15 Minuten. Im Morgengrauen wird Narius hinabgelassen, um in 11.000 Metern Tiefe nach Leben zu suchen. Bereit? Roger, los geht's. Narius ist im Wasser. Okay, langsam. 50 Meter bis zum Boden. 20 Meter bis zum Boden. So weit, so gut. Ab einer Tiefe von 9.000 Metern nähern wir uns dem Maximaldruck, den das Fahrzeug aushalten kann. Da müssen wir hier oben genau aufpassen. Fünf Meter bis zum Boden. Ich sehe keine Schmetterlinge, aber ich habe welche im Bauch. Allerdings. Ein Schatten. Der Boden ist in Sicht. Wir haben den Boden erreicht. Oh Mann. Boden in Sicht. Da ist er. Die Messgeräte zeigen eine Tiefe von 10.900 Metern an. Sehr weicher Boden. Weit und breit ist kein Lebewesen zu sehen. Nur ein Gummiband, das von Narius Werkzeugen abgerissen ist. Wow, look at him moving. Doch plötzlich bewegt sich etwas. Ich sehe ihn. Das ist ein Field-Buster, Leute. Das wird's sein. Achtung, Tiefsee-Field-Buster nähert sich dem Gummiband. Zoom rein, schnell. Field-Buster gehören zu den hartnäckigsten Überlebenskünstlern im Tierreich. Diese Ringelwürmer besiedeln seit Jahrmillionen nahezu jeden Lebensraum im Meer. Super winzig. Das Kerlchen ist höchstens so groß. So groß. Gleich neben dem Gummiband. Dem Team ist es gelungen, am abgelegensten Ort der Erde Leben zu finden. Unsere Reise zeigt uns, dass sich das Leben auf der Erde auch den unwirtlichsten Bedingungen anpassen kann. Aber sie führt uns auch vor Augen, wie wenig wir über die Tiefsee wissen. Wir wissen nicht, wie sich die Tiere da unten paaren. Wir wissen nur sehr wenig über ihre Anatomie. Es ist nahezu unmöglich, sie in Gefangenschaft lange genug am Leben zu erhalten, um ihr Verhalten zu beobachten. Und vor allem kennen wir noch lange nicht alle Arten, die da unten leben. Ständig werden neue gefunden. Vor 150 Jahren war die Tiefsee ein sagenumwobener Ort. Einige hielten sie sogar für tot. Wenn man bedenkt, was für eine lebensfeindliche Gegend das ist, können wir stolz sein, dass wir nun zumindest ein bisschen darüber wissen. Noch liegen die meisten Geheimnisse der Tiefsee im Verborgenen. Doch eines ist sicher. Sie erkannten, dass der Boden nicht etwa grau und leblos ist wie die Oberfläche des Mondes. Sondern bevölkert von den unterschiedlichsten Lebewesen. Unterseeische Vulkane, sogenannte hydrothermale Quellen, sorgen dort unten für ein reiches Ökosystem. Wir begleiten Forscher des Woods Hole Meeresforschungsinstituts bei einer Tauchmission im Pazifischen Ozean. Ihr Ziel ist eine Region, in der die ersten hydrothermalen Quellen entdeckt wurden. Sie heisst 9 Grad Nord und liegt 8 Kilometer vor der mexikanischen Küste. Die extremen Bedingungen am Meeresboden machen bemannte Tauchexpeditionen so kompliziert wie Weltraumspaziergänge. Der Tauchgang geht 3000 Meter in die Tiefe und dauert zwei Stunden. Endlich erreicht das Tauchboot den Meeresboden. Zunächst sehen die Forscher nur karges Sediment. Doch wenig später begegnen ihnen jede Menge surreale Lebewesen. Weisse Krebse. Jericho-Würmer. Seltsame Fische. Und andere fremdanmutende Wesen. Alle zusammen auf kleinstem Raum. Eine hydrothermalquelle hat diese fruchtbare Oase erschaffen. Die warmen Quellen säumen einen 60.000 Kilometer langen unterseeischen Gebirgszug, den mittel-ozeanischen Rücken. Wenn ein Tiefseevulkan ausbricht, erhitzt das Magma das kalte Meereswasser. Mineralische Schlote bilden sich. Durch Risse dringt kontinuierlich mehr Wasser ins Innere der Erdkruste und sprudelt als heiße Quelle wieder heraus. Das heiße Wasser tritt aus kegelförmigen Schloten aus, die so schmal und kurz sein können wie dieser hier. Andere werden bis zu 30 Meter hoch. Diese... Ein weiterer schwebender Bewohner der Mitternachtszone ist die Seegurke Inupniastes. Die meisten der 1200 Seegurkenarten leben am Meeresboden. Diese dagegen lässt sich in den höheren Meereslagen treiben. Ein ungewöhnliches Tier. Sie hat ein kragenähnliches Gebilde am Vorderkörper, mit dem sie wedelt wie Dumbo mit seinen Ohren. Vor gerade mal 20 Jahren glaubten Wissenschaftler noch, dass die Tiere der Tiefsee in einer großen, weiten Leere lebten. Ohne Struktur, wie wir sie von Wüsten, Grassteppen oder Wäldern kennen. Man dachte, dass es dort unten überhaupt keine Orientierungspunkte, wie Pflanzen oder Bäume gäbe. Keine Kronendächer, keine Äste. Okay, wir sind stattbereit. Doch seitdem haben Forscher die Tiefsee genauer unter die Lupe nehmen können. Zum Beispiel mit unbemannten, ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen, sogenannten ROVs. Und mit autonomen Unterwasserfahrzeugen, den AUVs. Es gibt sogar Tiefseeroboter, die jeden Quadratzentimeter des Meeresbodens absuchen. Die Messdaten haben etwas Erstaunliches ans Licht gebracht. Anstelle von Pflanzen, Wurzeln und Erde gibt es in der Tiefsee Meeresschnee, einen Strom aus den Überresten von Pflanzen, Lebewesen und Fäkalien. Permanent sinkt er aus den höheren Meeresschichten in die Tiefe hinab. Die Tiefsee hat sehr wohl eine Struktur. Meeresschnee kann als Lebensraum und als Nahrung gehen. Meeresbiologen haben erst vor zehn Jahren ernsthaft begonnen, seine Bedeutung zu untersuchen. Strukturgebend sind im Pelagial auch die Abermillionen toter Lebewesen, die permanent aus dem Flachwasser in die Tiefe sinken. Zum Beispiel die sogenannten Salpidee. Diese winzigen, durchsichtigen Tiere leben in riesigen Schwärmen. Sie bewegen sich vorwärts, indem sie Wasser durch ihren Körper pumpen. Diese Salpe ist tot. Ihre Überreste dienen als Lebensraum für einen anderen Bewohner der Tiefsee. Wir wissen, dass Pottwale große Kalmare fressen, weil wir in ihren Mägen Schnäbel gefunden haben. Wale und Kalmare müssen sich da unten dramatische Kämpfe liefern. Schauplatz dieser Duelle ist die Tiefsee vor der antarktischen Küste. Dort unten, in 2000 Metern Tiefe, liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Und es ist stockdunkel. Wie brutal diese Kämpfe sind, können Meeresbiologen an der Haut der Pottwale ablesen. Diese Jungtiere, die an der neuseeländischen Küste gestrandet sind, tragen überall auf ihrem Körper tiefe Narben. Das ist einer von zwölf Pottwalen, die hier angespült worden sind. Im Augenblick entnehmen wir Gewebeproben. Nur ein Wesen kann dem Pottwal diese schweren Verletzungen zugefügt haben. Wie man sehen kann, laufen hier acht Narben entlang. Ein Kalmar hat acht Fangarme und zwei lange Tentakel. Diese Furchen hier stammen von einem Kolosskalmar. Die Mitternachtszone erstreckt sich bis in eine Tiefe von 4000 Metern. Je weiter man sich von der Küste entfernt, desto tiefer wird es. Wenn man von der Küste in die Tiefsee gelangen will, muss man durch mehrere Zonen. Zuerst kommen die Brandungszone und die Gezeitenzone. Dahinter liegt der Kontinentalschelf, da ist das Wasser immer noch ziemlich flach. Am Kontinentalhang geht es dann stetig bergab, bis in eine Tiefe von ungefähr 4000 Metern. Entlang des Kontinentalhangs finden wir eine reiche Tier- und Pflanzenwelt, die bislang kaum erforscht ist. Hier lebt unter anderem die Seefledermaus. Dieser Fisch hat rote Lippen, einen Fledermaus-ähnlichen Körper und Beine. Er lebt auf dem Meeresboden und benutzt seine Vorderflossen, um dort herumzulaufen. Das ist sehr ungewöhnlich für Fische. Die Flossen haben die Funktion von Beinen. Sehen Sie? Je tiefer die Region, desto bizarrer ihre Bewohner. In 4000 Metern Tiefe endeten Vampyroteutis infernalis tauften Vampyr-Tintenfisch aus der Hölle. Diese Schwesterart des Kraken lebt seit etwa 300 Millionen Jahren in den Tiefen der Weltmeere. Ihr Aussehen hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Das war auch nicht nötig. Der achtermige Vampyr-Tintenfisch ist perfekt an seine Umgebung angepasst. Proportional zu seiner Körpergröße hat er die größten Augen im gesamten Tierreich. Mit ihnen kann er über ihm schwimmende Raubtiere erkennen, zum Beispiel Pottwale. Wird er ins Visier genommen, greift er zu einer eigentümlichen Abwehrtaktik. Wir nennen das die Ananas-Stellung. Dabei umschlingt er seinen Körper mit seinen Armen. Wir nehmen an, dass er sich so größer machen und seinen Gegner in die Flucht schlagen will. Selbst ein Vampyr-Tintenfisch ist nicht immer furchtlos. Lässt der Jäger sich nicht beeindrucken, setzt der Kopffüßer auf seine Schnelligkeit und ergreift die Flucht. Der Vampyr-Tintenfisch mag unheimlich wirken, doch zwei andere Meerestiere verbreiten weit mehr Angst und Schrecken. Kein anderer Bewohner der Tiefsee kann sich mit ihnen messen. Einer der beiden ist der Koloss-Kalmar. Schon seine Größe ist beeindruckend. Er kann 14 Meter lang werden und eine halbe Tonne wiegen. Der Koloss-Kalmar ist bislang kaum erforscht. Noch nie wurde ein erwachsenes Tier in seiner natürlichen Umgebung beobachtet. Seinen Körperbau veranschaulicht Meeresbiologis Steve O'Shi an einer kleineren Kalmar-Art. Die meisten wollen den Schnabel sehen. Der Schnabel des Koloss-Kalmars ist um einiges größer als dieser. Er könnte damit einem Mann die Hand abbeißen. Sehr scharf. Seine zwei Tentakeln und acht Fangarme sind mit Haken und Saugnäpfen bestückt und erlauben ihm, sich an Lebewesen nahezu jeder Größe festzuklammern. Er schwebt im Wasser und wenn er etwas sieht, das er fressen will, dann katapultiert er sich nach vorne. Das sind die beeindruckendsten Tiere des Planeten. Von allen Bewohnern des Meeres fürchtet der Koloss-Kalmar nur einen Rosenmetern. Sonnenlicht ist seinen Bewohnern fremd. Im Abyssopelagial liegen die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Die Kälte lässt den Salzgehalt und die Dichte des Wassers steigen. Durch diese Veränderungen unterscheidet sich das Abyssopelagial dramatisch von der nächsthöheren Zone. Nur wer sich perfekt angepasst hat, kann in dieser unbarmherzigen Umgebung gedeihen. Die größte Herausforderung für die Lebewesen ist der enorme Wasserdruck. Schon in etwa drei Metern Tiefe kann einem Menschen das Trommelfell platzen. Und das bei einem Wasserdruck von gerade mal 0,3 Bar. Am tiefsten Punkt der Erde herrscht ein Druck von unglaublichen 1.100 Bar. Wir können da unten ohne Hilfsmittel nicht überleben. Wir brauchen etwas, das uns vor dem Druck schützt. Das passiert mit einem Styroporbecher in 1.000 Metern Tiefe. Wie können Tiere in Tiefen von 3.000 Metern und mehr überleben? In eisiger Kälte, ohne Licht und mit spärlicher Nahrung? Riesige Fangzähne sind von Vorteil. Der Viperfisch und andere Bartendrachenfische gehören zu den hochspezialisierten Räubern der Tiefsee. Sie verfügen über beeindruckende, scharfkantige Zähne. Nicht schön, aber äußerst nützlich. Das Faszinierende an diesen Fischen ist ihr Aussehen. Denen will man im Dunkeln lieber nicht begegnen. Sie sehen aus wie aus einem Gruselkabinett. Sie haben breite Mäuler mit riesigen Fangzähnen, die teilweise bis zu den Augen reichen. Damit verbeissen sie sich in ihre Beute und halten sie fest. Viele Drachenfische haben eine Bartel mit einem Leuchtorgan am Unterkiefer. Damit locken sie die Beute in ihr weit geöffnetes Maul. Ihre Magenwände sind schwarz, damit das Licht biolumineszenter Beutetiere bei der Verdauung nicht durch sie hindurch scheint. Wer außerordentliches Glück hat, der begegnet hier unten auch diesem Wesen, dem Langarm. Erst drei Menschen haben diesen Ort besucht. Im Jahr 1960 die Wissenschaftler Jacques Piccard und Don Walsh und im Jahr 2012 der Regisseur James Cameron. Die Besatzung der Kieler Moana will ein unbemanntes Tiefseefahrzeug in Richtung Challenger tiefschicken. Es soll die Frage klären, ob und welche Wesen dort unten leben. Die meisten Forschungs-U-Boote können maximal 6.500 Meter tief tauchen. Über alles, was es jenseits davon gibt, wissen wir dementsprechend so gut wie nichts. Diese letzten viereinhalb Kilometer sind kaum erforscht. Das Ganze ist wie eine Reise ins Unbekannte. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihr Tauchroboter Narius, eine Mischung aus ROV und AUV, die Fahrt zum Challenger-Tief unbeschadet meistert. Eine der größten Herausforderungen ist der Wasserdruck. Das ist dreimal so tief wie der Ort, an dem das Wrack der Titanic liegt. Warum ist der Druck dort auch dreimal so groß? Bislang gab es mehr erfolgreiche Missionen zum Mars als zum tiefsten Punkt der Erde. Ein Mars-Rover wie Curiosity würde dem vernichtenden Druck, der 1100 Mal so hoch ist wie an der Wasseroberfläche, niemals standhalten. Das ist als stünden einem Drei-Gelände-Wagen auf dem kleinen Zeh. Kein Ort auf der Erde ist so schwer zu erreichen wie das Challenger-Tief. Narius ist startklar. Verstanden, Narius ist startklar. Start in fünfte Minuten. Im Morgengrauen wird Narius hinabgelassen, um in 11.000 Metern Tiefe nach Leben zu suchen. Bereit? Roger, los geht's. Narius ist im Wasser. Okay, langsam. 50 Meter bis zum Boden. 20 Meter bis zum Boden. So weit, so gut. Ab einer Tiefe von 9000 Metern nähern wir uns dem Maximal-Druck, den das Fahrzeug aushalten kann. Da müssen wir hier oben genau aufpassen. Fünf Meter bis zum Boden. Ich sehe keine Schmetterlinge, aber ich habe... Dieser Meeresbewohner durchpflügte die Tiefsee schon zu Zeiten der Dinosaurier. Sein purpurroter Mantel verleiht ihm ein unheimliches Aussehen. So unheimlich, dass ihn die Wissenschaftler, die ihn vor 100 Jahren entdeckten, Vampyro teutis infernalis tauften. Vampir-Tintenfisch aus der Hölle. Diese Schwesterart des Kraken lebt seit etwa 300 Millionen Jahren in den Tiefen der Weltmeere. Ihr Aussehen hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Das war auch nicht nötig. Der achtarmige Vampir-Tintenfisch ist perfekt an seine Umgebung angepasst. Proportional zu seiner Körpergröße hat er die größten Augen im gesamten Tierreich. Mit ihnen kann er über ihm schwimmende Raubtiere erkennen, zum Beispiel Pottwale. Wird er ins Visier genommen, greift er zu einer eigentümlichen Abwehrtaktik. Wir nennen das die Ananas-Stellung. Dabei umschlingt er seinen Körper mit seinen Armen. Wir nehmen an, dass er sich so größer machen und seinen Gegner in die Flucht schlagen will. Selbst ein Vampir-Tintenfisch ist nicht immer furchtlos. Lässt der Jäger sich nicht beeindrucken, setzt der Kopffüßer auf seine Schnelligkeit und ergreift die Flucht. Der Vampir-Tintenfisch mag unheimlich wirken. Doch zwei andere Meerestiere verbreiten weit mehr Angst und Schrecken. Kein anderer Bewohner der Tiefsee kann sich mit ihnen messen. Einer der beiden ist der Koloss-Kalmar. Schon seine Größe ist beeindruckend. Er kann 14 Meter lang werden und eine halbe Tonne wiegen. Der Koloss-Kalmar ist bislang kaum erforscht. Noch nie wurde ein erwachsenes Tier in seiner natürlichen Umgebung beobachtet. Seinen Körperbau veranschaulicht Meeresbiologis Stivo Shee an einer kleineren Kalmar-Art. Die meisten wollen den Schnabel sehen. Der Schnabel des Koloss-Kalmars ist um einiges größer als dieser. Der könnte damit einem Mann die Hand abbeißen. Sehr scharf. Seine zwei Tentakeln und acht Fangarme sind mit Haken und Saugnäpfen bestückt und erlauben ihm, sich an Lebewesen nahezu jeder Größe festzuklammern. Dieser Meeresbewohner ist leicht zu übersehen. Der durchsichtige Krake. Sein unauffälliges Äußeres schützt ihn vor Räubern. Ein durchsichtiger Körper ist die beste Tarnung, die man sich vorstellen kann. Wenn ein Raubfisch einem durchsichtigen Tier begegnet, zieht er einfach hindurch. Es erscheint ihm genauso schwarz wie seine Umgebung. Jede Art hat ihre eigene Strategie entwickelt, um in der Finsternis zu überleben. Die meisten Fische sind pechschwarz und haben grosse Mäuler. Viele haben grosse Augen, damit sie die Biolumineszenz, ihre Beutetiere oder auch ihre Jäger sehen können. Eine weitere Überlebenstaktik erscheint uns Landbewohnern erst auf den zweiten Blick sinnvoll. Viele Tierarten in der Tiefsee haben eine rötliche Farbe angenommen. Wenn man nicht transparent oder schwarz ist, ist rot die nächstbeste Alternative. Die Farbe rot ist da unten so gut wie gar nicht zu erkennen. Wenn man rot ist, ist man also im Grunde schwarz. Man verschmilzt mit seiner Umgebung. Wie kommt das? Ab einer Tiefe von drei Metern werden die roten Wellenlängen des Lichts fast vollständig absorbiert. Auch die riesen Tiefseequalle Big Red nutzt die Farbe rot, um in der Tiefe nicht erkannt zu werden. Aber wie der Name andeutet, hat sie noch eine andere Überlebenstaktik auf Lager. Diese Qualle hat einen Durchmesser von einem Meter. Je grösser man ist, desto weniger hat man da unten zu befürchten. Big Red ist für die meisten Räuber der Tiefsee ein zu großer Happen. Auch für Tiefseeforscher stellt ihre Größe ein Problem dar. Wir haben erst ein Exemplar gefunden, das klein genug für unseren Sammelbehälter war. Dieser Meeresbewohner durchpflügte die Tiefsee schon zu Zeiten der Dinosaurier. Sein purpurroter Mantel verleiht ihm ein unheimliches Aussehen. So unheimlich, dass in die Wissenschaftler, die ihn vor 100 Jahren entdeckten, Vampyroteutis infernalis tauften, Vampir-Tintenfisch aus der Hölle. Diese Schwesterart des Kraken lebt seit etwa 300 Millionen Jahren in den Tiefen der Weltmeere. Temperaturen zurück und der Chemikalienfluss versiegt. Die an den Schloten lebenden Organismen sterben. Die tiefen Ströme der Ozeane tragen deren Larven zum nächsten Tiefseevulkan. Dort beginnt alles von vorn. Nur ein Ort ist tiefer als das Abyssopelagial. Er liegt unglaubliche 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel, in der Hadopelagischen Zone. Es ist das Challenger-Tief, der tiefste Punkt der Erde. Ein Team von Wissenschaftlern macht sich an Bord des Forschungsschiffes Kilomoana auf den Weg zum Marianengraben im Südpazifik. Hier, etwa 500 Kilometer südwestlich der Insel Guam, liegt das Challenger-Tief. Erst drei Menschen haben diesen Ort besucht. Im Jahr 1960 die Wissenschaftler Jacques Piccard und Don Walsh und im Jahr 2012 der Regisseur James Cameron. Die Besatzung der Kilomoana will ein unbemanntes Tiefseefahrzeug in Richtung Challenger-Tief schicken. Es soll die Frage klären, ob und welche Wesen dort unten leben. Die meisten Forschungs-U-Boote können maximal 6.500 Meter tief teilen. Über alles, was es jenseits davon gibt, wissen wir dementsprechend so gut wie nichts. Diese letzten viereinhalb Kilometer sind kaum erforscht. Das Ganze ist wie eine Reise ins Unbekannte. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihr Tauchroboter Narius, eine Mischung aus ROV und AUV, die Fahrt zum Challenger-Tief unbeschadet meistert. Eine der grössten Herausforderungen ist der Wasserdruck. Das ist dreimal so tief wie der Ort, an dem das Wrack der Titanic liegt. Warum ist der Druck dort auch dreimal so groß? Bislang gab es mehr erfolgreiche Missionen zum Mars als zum tiefsten Punkt der Erde. Ein Mars-Rover wie Curiosity würde dem vernichtenden Druck, der 1100 Mal so hoch ist wie an der Wasseroberfläche, niemals standhalten. Das ist als stünden einem Drei-Gelände-Wagen auf dem kleinen Zeh. Kein Ort auf der Erde ist so schwer zu erreichen wie das Challenger-Tief. Narius ist Schattler. Verstand. Die bislang kaum erforscht ist. Hier lebt unter anderem die See-Fledermaus. Dieser Fisch hat rote Lippen, einen Fledermaus-ähnlichen Körper und Beine. Er lebt auf dem Meeresboden und benutzt seine Vorderflossen, um dort herumzulaufen. Das ist sehr ungewöhnlich für Fische. Die Flossen haben die Funktion von Beinen. Sehen Sie? Je tiefer die Region, desto bizarrer ihre Bewohner. In 4000 Metern Tiefe endet das Baty-Pelagial die Mitternachtszone. In besonders tiefen Meeresregionen folgt nun das Abyssopelagial, auch der Abgrund genannt. Er erstreckt sich bis in eine Tiefe von 6000 Metern. Sonnenlicht ist seinen Bewohnern fremd. Im Abyssopelagial liegen die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Die Kälte lässt den Salzgehalt und die Dichte des Wassers steigen. Durch diese Veränderungen unterscheidet sich das Abyssopelagial dramatisch von der nächsthöheren Zone. Nur wer sich perfekt angepasst hat, kann in dieser unbarmherzigen Umgebung gedeihen. Die größte Herausforderung für die Lebewesen ist der enorme Wasserdruck. Schon in etwa drei Metern Tiefe kann einem Menschen das Trommelfell platzen. Und das bei einem Wasserdruck von gerade mal 0,3 Bar. Am tiefsten Punkt der Erde herrscht ein Druck von unglaublichen 1100 Bar. Wir können da unten ohne Hilfsmittel nicht überleben. Wir brauchen etwas, das uns vor dem Druck schützt. Das passiert mit einem Styroporbecher in 1000 Metern Tiefe. Wie können Tiere in Tiefen von 3000 Metern und mehr überleben? In eisiger Kälte, ohne Licht und mit spärlicher Nahrung. Riesige Fangzähne sind von Vorteil. Der Viperfisch und andere Böden sind in der Nähe von der Kälte.